Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur 13. Ausgabe von WPSK TV. Wir beginnen mit den Tagesthemen mit Herrn Kostner. Vielen Dank, Herr Pinsko. Gerne doch. Eine immer breitere Masse der Bevölkerung befürwortet das Gendern. Jedoch ergeben sich dadurch immer mehr Hindernisse. Die WPSK-Redaktion hat sich über dieses Thema ausführlich Gedanken gemacht und hat folgende Lösungen erarbeitet. Zum Beispiel, die Küche wird zu das Küche. Der Herd wird zu das Herd. Bei berufs- oder personenbezogenen Nomen wird die Endung innen, wie zum Beispiel bei Verkäuferinnen, durch innen R ersetzt. So sagt man in Zukunft zum Beispiel, das Verkäuferinnen hat ein einladendes Dekolleté oder das Sekretärin hat ein saftiges Gesäß. Diese Lösung begrüßen ebenfalls Politiker inner-weltweit. Schon bald können sich Menschen inner-wieder normal miteinander unterhalten, ohne jemanden zu verletzen oder zu diskriminieren. Herr Pinskeriner, haben Sie schon gechandert? Nein, aber meiner Verdauung geht es bestens. Herausragend. Ernährungstrends. Chili verbessert die Sprachqualität von Moderatoren, ähm, inner. Deswegen starten wir jetzt live einen Selbstversuch und essen eine Biri-Biri. Anscheinend wird man dadurch sogar einige Jahre jünger. Das könnte meiner Frau auch nicht schaden. Jetzt zu einem ernstzunehmenderen Thema. Der Bierpreis wird im heurigen Jahr noch steigen. Alkoholiker sind in Schockstarre. In unserer Redaktion kam es ebenfalls schon zu ernüchternden Vorfällen. Wir haben uns in Riot etwas umgefragt, wie die Leute damit umgehen, beziehungsweise ob es Alternativen gibt. Dazu folgender Beitrag. Guten Tag, gnädige Frau. Dürften wir Ihnen eine kurze Frage stellen? Ja, aber bitte schnell, ich muss auf den Bus. Was halten Sie denn davon, dass das Ein-Euro-Bier in naher Zukunft jetzt um mindestens einen Liter teurer werden wird? Was? 14 Schilling? Das kann sich ja keiner leisten. Die Zigaretten werden teurer, das Zugticket wird teurer, der Benzin wird teurer. Na, also, und von der Arbeit bekommt man auch nicht mehr viel. Ja, da ist was dran. Es soll innenpolitisch auch darüber diskutiert werden, dass die körpernahen Dienstleistungen jetzt um mindestens eine Nacht ansteigen sollen. Was sagen Sie denn dazu? Also, die armen Frauen, die haben ja nur noch die Männer zu Hause. Naja, aber wenigstens gibt es dann jemanden zu Hause, der den Müll raustragen kann. Da haben Sie recht. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Gerne. Tschüss. Hallo, durften wir Ihnen kurz eine Frage stellen? Ja, bitte. Trinken Sie Bier? Nein, ich nehme Medikamente und Drogen. Wir wollen Sie nicht weiter stören, danke schön. Ja, hallo, mein kleiner Racker. Durfte ich dir eine kurze Frage stellen? Mama? Okay, was willst du, Mann? Ah, jetzt da die große Bierinflation bevorsteht. Wie decken Sie sich denn für den nächsten Winter ein? Also, ich wünsche mir vom Papa, er kriegt ein Bier zu Weihnachten. Und dazu hat er ja gesagt? Ja, noch nicht. Aber wenn ich die Bama frage, dann kann ich ja vielleicht. Okay. Ja, du wirst die beiden schon um den Finger wickeln. Danke für deine Antwort. Bitte, lieber Mann. Hallo, durften wir Ihnen eine Frage stellen zum Bierpreis? Was willst du denn eh jetzt schon wieder? Ähm, die Frage lautet, wie gehen Sie damit um, dass im heurigen Jahr der Bierpreis noch drastisch nicht nicht steigen wird? Das kannst du vergessen. Das passt als vorne und hinten immer zusammen. Dann kannst du in der Pfeifen rachen, das Scheiß zeigt alles. Vergiss es. Und jetzt haut es ab, ich habe keine Zeit für euch. Tja, ich werde jetzt noch in den Laden gehen und einige Bierkasten im Voraus besorgen. Den passenden Gerät dafür bekommen Sie bei unserer Redaktionsbank WPSK-Failchenfinanzierung. Herr Binsker, das Wetter. Zum Wetter. Gib Michael Sonnenschein, wird es in zwei Wochen schon Winter sein. Das war's wieder mit der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen und bleiben Sie jung. Äh, gesund. Gesund. Uff, Chili bringt immer zweimal. Hast du es gewusst? Ja, genau, Video-Frage deiner Frau. Deiner Frau, ich noch. Frau, ich noch. Entschuldigung, Herr Moderator, ich noch. Spinner. Ha! Oh! 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 Oh!